Es gibt stehende Jobs, es gibt bewegende Jobs, liegende, fliegende, gehende Jobs, es gibt Mörderjobs, es gibt Burgerjobs, es gibt laute, leise, heisse Jobs, inspirierende Jobs, elektrisierende Jobs und ehrlich gesagt auch ziemlich weirde Jobs. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Es gibt sie fast alle auf Willhaben. Wer einen Job will, will haben.